Zehntes Semester Jura, stehe kurz vor dem Staatsexamen, möchte aber in die Unternehmensberatung. Was sind meine nächsten Schritte? Nächste Schritte wären, du machst das Staatsexamen jetzt mit einem möglichst guten Schnitt, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Punkte etc. Und dann musst du das, also angenommen das war jetzt dein erstes Staatsexamen, das zweite musst du dann eigentlich gar nicht mehr machen. Dann meldest du dich mal bei uns, dann bringen wir dich in die Beratung. Sollte relativ schnell machbar sein.